Blockadenlösung, wir hören oft dieses Missverständnis, ja Blockadenlösung kann ja vielleicht eine Unterstützung beim Coaching sein, wo wir sagen Stopp! Blockadenlösung ist eine der elementarsten Bausteine bei einem gelungenen Coaching und zwar egal ob es im Kinder- oder Jugendcoaching ist, weil wenn wir im limbischen System im Gehirn, da gibt es mittlerweile so spannende Studien dazu, in einen Sud, also in einen Stresswert rutschen, dann können wir gar nicht mehr reflektieren. Das heißt, wenn wir ein Thema haben, das uns berührt und mit uns etwas macht, dann je mehr Stress es verursacht, umso geringer ist die Chance darüber zu reden, es zu reflektieren und Lösungen zu finden. Darum starten wir immer mit dem Ansatz, dass wir sagen, wir müssen erstmal schauen, wo sitzen die Blockaden, die Stresslevel, die Emotionen, um die zu lösen. Wir haben da eine ganz wunderbare wissenschaftlich fundierte Methode, wo wir in ein paar Minuten auch mal so ein negatives Englischgefühl lösen oder ein Gefühl zu einem Lehrer oder zur Schule oder zu einer Herausforderung und wenn die gelöst ist, dann können wir die anderen Themen angehen. Erst dann macht es Sinn, ich will dem Beispiel sagen, wenn wir systemisch eine Aufstellung machen und kommen dann in ein Thema, was hochkommt, wo was den Stress verursacht, dann ist es schon nicht mehr möglich, vernünftig zu reflektieren, um so ein Aufstellungsbild in eine Lösung zu bekommen. Oder auf der anderen Seite, wenn wir in einen Motivationsbaustein gehen, aber ein Thema ansprechen und sagen, stell dir mal vor, jetzt, du könntest Mathe, aber Mathe verursacht emotional ein Stresslevel, dann ist es schon wieder nicht möglich, die Motivation und die Emotionen für die Motivation herauszukitzeln und herauszulösen. Darum ist einer der wichtigsten Bausteine die Blockadenlösung, bevor alle anderen Methoden und Wirkungen ineinander greifen. Aber die gute Nachricht, wir im Kinder- und Jugendcoaching, in der Ausbildung vom IPE greifen genau diese Punkte aus. Sie lernen bei uns sämtliche Methoden, sämtliche Essenzen, auch wie die Wirkungsweisen, ineinander greifen. Aber nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Das heißt, sie können nach der Ausbildung die Methoden, die Inhalte, die Ansätze anwenden. Sie können damit umgehen, sie können mit Kindern arbeiten und die neuen Fehler, die wir Ihnen jetzt als Beispiel vorgestellt haben, müssen Sie gar nicht erst machen, weil Sie gleich in die Förderung und in die sinnvolle Förderung von Kindern und Jugendlichen einsteigen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017